Hallo Arjapa! Herzlich willkommen zum Haus der Schweiz in Aure. Hier fahren wir mit Fans von allen Ländern. Kommt vorbei! Hei in Sverige, auch hei in der Schweiz. Und für alle Fans in der Schweiz, auf dem Sender von SRG, seht ihr alle Rennen live. Und für alle Fans in der Schweiz, könnt ihr alle Kursen auf der SSR-Klasse.